Der Duisburger Schrottplatzkönig Alfred Fred Bauhaus ist im Alter von 660 Jahren verstorben und hat seine Familie, Freunde und Fans in tiefer Trauer zurückgelassen. Herr Bauhaus, ein deutscher Fernsehstar, der für seine ikonischen Zitate bekannt ist, hat über Jahrzehnte hinweg einen tiefen Eindruck in der Öffentlichkeit hinterlassen. Fred Bauhaus ist in Duisburg, Deutschland, geboren und aufgewachsen. Als er erst 18 Jahre alt war, übernahm er den Schrottplatz seines Großvaters, den er später zu seinem eigenen Territorium machte. In seiner 42-jährigen Tätigkeit baute er diesen Schrottplatz auf und entwickelte ihn zu einem der bekanntesten Standorte der Schrottindustrie in Deutschland. Schon in jungen Jahren zeigte Fred Unternehmergeist und unglaubliche Ausdauer. Er übernahm nicht nur das Familienunternehmen, sondern erweiterte es mit Weitblick und Kreativität. Er hat neue Wege gefunden, Materialien zu recyceln und wiederzuverwenden und damit erheblich zum Umweltschutz beizutragen. Freds Popularität beschränkt sich nicht nur auf die Schrottindustrie. Mit Reality-Shows, die sein Leben und seine tägliche Arbeit auf dem Schrottplatz dokumentieren, wurde er zum Fernsehstar. Seine humorvollen, offenen und philosophischen Sprüche begeisterten zahlreiche Zuschauer und machten ihn zu einer Ikone im deutschen Fernsehen. Im Laufe seiner Karriere hat Fred kontinuierlich Innovationen hervorgebracht und nach neuen Möglichkeiten gesucht. Er betonte stets die Bedeutung des Recyclings und des Umweltschutzes und lebte diese Grundsätze bis zu seinem Lebensende. Sein Engagement für die Schrottindustrie wurde weithin anerkannt und er gilt als einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Die Beerdigung von Fred Bauhaus fand im Beisein vieler Menschen statt, von Familie und Freunden bis hin zu Fans und Kollegen. Die Zeremonie fand in einer feierlichen und emotionalen Atmosphäre statt, mit vielen Worten der Dankbarkeit und dem Austausch von Erinnerungen. Seine berühmten Sprüche werden viele Male wiederholt, um an ihn zu erinnern. Einen Menschen, der sein Leben immer mit seiner Arbeit und Leidenschaft in vollen Zügen gelebt hat. Fred Bauhaus hinterließ ein unschätzbares Erbe, nicht nur in der Schrottindustrie, sondern auch in den Herzen derer, die ihn kannten und liebten. Er bewies, dass jeder mit Ausdauer und einem kreativen Geist Erfolg haben und seine Spuren in der Welt hinterlassen kann. Sein Tod ist ein großer Verlust, aber was er hinterlassen hat, wird für immer in den Herzen aller weiterleben. Auch in seinen späteren Jahren arbeitete Fred weiter und trug kontinuierlich zu der Branche bei, die er liebte. Er sagte oft, sein Leben sei ein Schrottplatz und er sei immer stolz darauf. Für ihn hat jedes Stück Schrott eine Geschichte und er hat sein Leben dem Erzählen dieser Geschichten durch seine Arbeit gewidmet. Der Tod von Fred Bauhaus war nicht nur das Ende eines Lebens, sondern auch der Beginn einer Legende. Seine Geschichten werden weiterhin erzählt und die Werte, die er hinterlassen hat, werden auch künftige Generationen inspirieren. Fred Bauhaus wird für immer der König des Schrottplatzes sein, ein Symbol für Ausdauer, Kreativität und den Geist, niemals aufzugeben. Die Beerdigung von Fred Bauhaus fand an einem Tag mit starkem Regen statt, was jedoch hunderte Menschen nicht davon abhielt, zu ihm zu kommen, um ihn ein letztes Mal zu verabschieden. Menschenmassen versammelten sich am Duisburger Dom, der schlicht aber feierlich geschmückt war. Viele von ihnen hatten viele Jahre mit Fred zusammengearbeitet oder seine Karriere aus der Ferne durch Fernsehsendungen verfolgt. Es gibt sogar Menschen, die in schwierigen Situationen seine Hilfe erhalten haben. Während der Zeremonie tauschten Freds Verwandte und Freunde Erinnerungen an ihn aus. Freds ältester Sohn, Hans Bauhaus, stand auf dem Podium und erzählte Geschichten aus seiner Kindheit, als er seinem Vater über den Schrottplatz folgte. Hans erinnert sich an die wertvollen Lektionen, die er von seinem Vater gelernt hat, von der Beurteilung des Werts eines Gegenstands bis hin zur fairen und freundlichen Behandlung von Menschen. Auch viele Kollegen und Geschäftspartner von Fred meldeten sich zu Wort. Sie erinnerten sich an die Zeiten, in denen Fred ihnen geholfen hatte, Schwierigkeiten zu überwinden, an seinen Enthusiasmus und sein Engagement für seine Arbeit und seine Gemeinschaft. Einer von ihnen, Klaus Müller, ein enger Freund und langjähriger Geschäftspartner von Fred, konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als er sich an die glücklichen und traurigen Erinnerungen erinnerte, die sie zusammen verbracht hatten. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder kamen, um Fred zu verabschieden. In ihren Augen ist er nicht nur ein guter Geschäftsmann, sondern auch ein freundlicher und humorvoller Großvater. Freds Geschichten werden weiterhin in der Community weitergegeben und Teil des Erbes werden, das er hinterlassen hat. Nach dem Gottesdienst zogen alle auf den Friedhof, wo Fred neben dem Grab seines Großvaters begraben wurde, der ihm die Liebe zur Schrottbearbeitung vererbt hatte. Dem Leichenwagen folgte ein mit bunten Schrottstücken gefüllter Lastwagen als letztes Symbol für Freds Leben und Werk. Nachdem Fred beerdigt worden war, versammelten sich alle in einer großen Halle in der Nähe, um zum Mittag zu essen und weiterhin Erinnerungen an ihn auszutauschen. Die Atmosphäre wurde leichter, als fröhliche Geschichten erzählt wurden. Gelächter vermischte sich mit Tränen des Bedauerns. Alle sind sich einig, dass Fred ein sinnvolles und hingebungsvolles Leben geführt hat. Als die Zeremonie endete, verließen nach und nach alle das Anwesen mit Erinnerungen und tiefen Gefühlen an Fred Bauhaus im Gepäck. Auch wenn er nicht mehr da ist, werden der Geist und die Werte, die er hinterlassen hat, für immer in den Herzen aller weiterleben. Fred Bauhaus, der König des Schrottplatzes, hinterließ ein Vermächtnis nicht nur durch seine Arbeit, sondern auch durch die Liebe und den Respekt seiner Mitmenschen. Der deutsche Fernsehstar, der zum Symbol für Ausdauer und Kreativität wurde, wird für immer als jemand in Erinnerung bleiben, der sein Leben mit Leidenschaft und Hingabe in vollen Zügen gelebt hat. Das Leben von Fred Bauhaus ist zu Ende, aber seine Geschichten werden weiterhin erzählt und zukünftige Generationen inspirieren. Nach der Beerdigung normalisierte sich das Leben in Duisburg wieder. Doch die Abwesenheit von Fred Bauhaus hinterließ noch immer eine Lücke, die nur schwer zu schließen war. Der Schrottplatz, den er zeitlebens aufgebaut und ausgebaut hat, wird heute von seinem Sohn Hans Bauhaus geleitet. Hans, der den Geist und die Liebe zur Arbeit seines Vaters geerbt hatte, führte das Familienunternehmen weiter und baute es weiter aus. Hans beschloss, die Grundwerte seines Vaters beizubehalten. Fairness, kreativer Geist und Begeisterung. Er begann auch mit der Umsetzung neuer Innovationen, der Anwendung moderner Technologie im Recyclingprozess, der Verbesserung der Effizienz und der Minimierung der Umweltbelastung. Der Schrottplatz der Familie Bauhaus wächst weiter stark und entwickelt sich zu einem typischen Vorbild der deutschen Recyclingbranche. Fernsehsendungen über das Leben und die Arbeit auf dem Schrottplatz werden weiterhin ausgestrahlt. Aber jetzt ist Hans der Moderator. Das Publikum liebt und schaut immer noch und erinnert sich an Fred Bauhaus durch die Geschichten und Werte, die er an seinen Sohn weitergab. Hans teilt oft Erinnerungen an seinen Vater und hält so Freds Bild in den Herzen aller wach. Auch die Duisburger Gemeinde hat Freds Beiträge nicht vergessen. Im Stadtzentrum wurde eine Statue von ihm aufgestellt, die Fred mit einem strahlenden Lächeln und starken Händen darstellt und den Geist unermüdlicher Arbeit symbolisiert. Oft bleiben Menschen stehen, legen Blumen nieder und erinnern sich an einen Menschen, der sein Leben der Arbeit und der Gemeinschaft gewidmet hat. Jedes Jahr, an Freds Todestag, versammeln sich Familie und Freunde auf dem Schrottplatz zu einer Gedenkfeier. Sie erzählten Geschichten über Fred, erinnerten sich an unvergessliche Momente und hoben gemeinsam ein Glas, um ein bedeutungsvolles Leben zu feiern. Diese Zeremonien sind nicht nur eine Gelegenheit, sich an Fred zu erinnern, sondern auch eine Gelegenheit, die Menschen an die Werte zu erinnern, die er weitergegeben hat. Fred Bauhaus ist weg, aber sein Erbe lebt weiter. Was er tat, veränderte nicht nur das Leben seiner Mitmenschen, sondern trug auch zum Schutz der Umwelt und zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft bei. Sein Geist, seine Ausdauer und seine Kreativität werden auch künftige Generationen inspirieren. Fred Bauhaus, der König des Schrottplatzes, ist für immer ein Symbol für ständigen Einsatz, Leidenschaft und Liebe für seine Arbeit. Sein Leben ist ein klarer Beweis dafür, dass jeder, unabhängig vom Ausgangspunkt, mit Leidenschaft und Entschlossenheit, außergewöhnliche Dinge schaffen kann. Fred hat ein bemerkenswertes Leben geführt und sein Vermächtnis wird in den Herzen aller weiterleben. Die Karriere von Alfred Fred Bauhaus ist eine Geschichte von Beharrlichkeit, Kreativität und Erfolg in der Schrottindustrie. Schon in den frühen Tagen der Übernahme des Schrottplatzes seines Großvaters bewies Fred, dass er nicht nur ein Erbe, sondern auch ein Reformer und Erneuerer war. Mit 18 Jahren übernahm Fred Bauhaus die Leitung des Schrottplatzes von seinem Großvater. Obwohl er jung und unerfahren war, zeigte Fred von Anfang an Entschlossenheit und Kreativität. Er hielt nicht nur die traditionellen Aktivitäten aufrecht, sondern versuchte sie auch zu erweitern und zu verbessern. Durch die Anwendung neuer und effizienterer Recyclingmethoden verwandelte Fred den kleinen Schrottplatz seiner Familie in ein führendes Recyclingzentrum in der Gegend. Geschichtenerzähler für die Kinder in die Klassen holen. Momentan auch wegen Corona, weil die können nicht kommen. Ich mache ein Vorlese und ein Erzählprojekt. Und die Kinder holen sich ihre studentischen Erzähler digital in die Räume. Natürlich auch, um zu kommunizieren, um sich auszutauschen. Und das ist dann einfach ein anderer digitaler Raum. Aber diese wertvolle Auseinandersetzung mit dem Gegenüber und das wertschätzende Kommunizieren spielt eine ganz große Rolle. Also ich denke, dass diese Werte und eine digitale Auseinandersetzung mit Inhalten sich nicht widersprechen, sondern dass es sich wie eine Nährlösung eigentlich durch diese Auseinandersetzung zieht. Und es ein ganz wichtiges Thema natürlich weiterhin ist. Auch was die Themen angeht. Wir haben beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit ganz zentral. Das wird eigentlich in Zukunft im Anthropozän-Konzept ein Thema werden, das den Unterricht bestimmt. Im Grunde, wir müssen eine Generation heranziehen, die schaut, dass wir vielleicht noch was retten können, was wir eigentlich schon an die Wand gefahren haben. Also das ist die zentrale Herausforderung. Nachhaltigkeit, kulturelle Nachhaltigkeit. Und es wird in Zukunft nicht mehr darum gehen, in Deutsch die Vorgangsbeschreibung zum Händewaschen aufzuschreiben, sondern wir werden an Klimaprojekten arbeiten. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise in Global Goals uns anschauen. Ich habe morgen ein Webinar mit Micha Paläsche. Der hat seinen gesamten Unterricht in diese Global Goals unterteilt und die Fächergrenzen aufgelöst. Also wer da Interesse hat, morgen ins Webinar, ins Praktische kommen, dann kann man sich ganz konkret anschauen, wie sowas aussieht. Also die Inhalte werden sich verändern, die Art des Umgangs und diese Kultur der Digitalität wird die Sichtweise letztendlich auf Bildung, hoffe ich, komplett verändern. Ich würde gerne eine Nachfrage ergänzen, denn die Frage nach den Werten ist ja eine, die du auch beschrieben hast als ein Verständnis von Kultur, als das ständige Aushandeln von Werten, das ständige Weiteraushandeln von Werten. Jetzt hat sehr zugespitzt die Schule traditionell den Auftrag, eine feststehende Idee von Werten weiterzugeben an die nächste Generation. Und wahrscheinlich war es nie so, dass das nicht schon immer ein Spannungsfeld war zwischen ständig Weiterentwickeln von Werten und einem gesellschaftlichen Verständigungsprozess von Wertewandel und diesem Weitergabe von den bisher gültigen Werten. Wie kann man handlungsfähig bleiben? Was würdest du sagen, in diesem Spannungsfeld zwischen einem tatsächlich ja offenen Prozess dieses Wertewandels und der Aufgabe ja aber doch irgendwie einen stabilen Grund zu behalten, auf dem man arbeiten kann? Ja, ich denke aber nicht, dass sich das widerspricht. Also man kann ja auch weiterhin zentrale Themenbereiche, die wichtig sind, im Moment. Im Moment.